hallo willkommen zurück bei roller coaster tycoon world so von diesem spiel gibt es jetzt auch die vollversion kam auch ein tag vor planet coaster raus und jetzt bin ich mal gespannt die ton ist jetzt okay ddddd so ich habe hier alles auf buch gestellt schon mal gut deutlich ist auch sehr gut sonst bin ich mal gespannt story modus starten versuche dich an einem bereitstehenden park okay schauen wir mal so ich schaue schon mal ganz anders aus hier schon mal gut okay immer spannend neuer fluss taikon novice willkommen bei dem high roller investoren und das screening verfahren ist sehr rigoros aber du hast dich gegen die anderen kandidaten durchgesetzt und deine begeisterungsfähigkeit unter beweis gestellt du bist sicher bereit sofort loszuliegen aber zuerst wollen wir noch ein paar aspekte der parkverwaltung besprechen dieser vergnügungspark sieht wunderbar aus nicht wahr ich mache dir einen vorschlag du übernimmst für eine weile die leitung und ich schaue in ein paar monaten wieder vorbei viel glück tiger danke auch okay grafik sieht immer noch so aus aber egal okay hauptcomplete was zeigen bewege die kamera wie er ist mit dem mausrad zack 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 machen wir schon die gaudi mit ja das war jetzt nicht hallo weg ja ich weiß es ich will sie weg haben na gut also die grafik sieht na ja immer noch so aus aber was soll's wo ist das schau mal kann mir irgendwas bauen karussell oder ja karussell bauen wir doch mal ein karussell schwimmt denn da rum okay bauen wir ein karussell da hinten da hinten zack wow die ab okay musik ist immer noch das gleiche kann ich sein kann ich sein okay egal immer noch die selbe schreckliche musik aber wir werden es durchhalten so jetzt aber jetzt aber ja sehr gut verbinden sie ihm den eingang der attraktion links klick okay wähle aus einer der drei kategorien eine flache 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 was die flache attraktion was für eine flache habe ich doch schon ich war sie nicht okay schließen wir das bauen jetzt nochmal ab wie geht denn das ähm hier entfernen so jetzt nochmal hm ich weiß haben wir es jetzt bald um das info im fenster zu öffnen zack passe den preis der vorstellung nach okay das i75 eröffne so komplett jetzt oder missionserfolg sehr schön du scheinst den betrieb reibungslos am laufe gelten zu haben ich wusste dass ich mich dass ich meinem guten gefühl bei dir trauen kann du hast das hauptziel erfüllt aber es stehen noch einige nebenziele zur verfügung nächste mission bitte also ich darf jetzt so das machen was da steht oder wie na gut schauen wir mal so was ist jetzt los null prozent aber jetzt okay grundausbildung starten was soll man das wird wir gucken mal ah schau dir das an du erkennst es doch auch oder das potenzial viele leute denken nur ans scheitern wenn sie an den heruntergekommenen park wie diesen sehen ich entgegen sehe chancen klar er wirkt nicht gerade glamourös aber du hast das zeug dazu ihn wieder auf volle mann zu bringen ok ach das ist der gleiche oder was klicke auf den hausmeister stand stelle 3 ein eröffne den stand hier jetzt zum reiter gebäude dann personal dann baue einen weit achso ok und baue einen weiteren ne hausmeister machen wir doch ok haben wir was willst du jetzt wähle einen mülleimer aus dem weg dekorationsmenü hier ne ja ok einfacher kann ich sogar auch drehen einmal zweimal dreimal grüß Gott ist jemand hingepisst ach ne ist von der dose guck mal ausgelaufen so platziere eine toilette in deinem park was war hier ne toilette ne ne kleine toilette scheiße warte hä ah jetzt überprüfe den preis und öffne sie zack 25 cent ha baue einen mechaniker stand das kennen wir doch alles schon warum mache ich das eigentlich nochmal warte mal äh naja ich will eigentlich zurück zum hauptmenü ja genau hauptmenü 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 ok jetzt habt ihr schon mal gesehen wie das geht ne das war das die karriere äh story modus meine ich content update coming soon also es kommt noch hier ok alles klar ok gehen wir mal in sandkasten wir bauen da einen zack in den dschungel ich bin ein gerüstbauer holt mich hier raus also ich muss noch sagen plant coaster macht immer so die sache gut aber das hier ist noch einen guten guten weg aber noch nicht gut genug muss ich sagen hier gibt es auch nur zwei sachen muss man wahrscheinlich erstmal freischalten das zeug oder man muss es erst mal erforschen das kann auch seine themenlichte park einkommen also personalbeeinflusser beeinflussen was das denn finanzen kreatives zentrum was ist das denn inhalte meines freundes aktivieren medieninhalte karten hä ich stehe es nicht ganz egal lassen wir es mal bekanntheitsstufe besucherzahlen ok hä warum habe ich denn jetzt nur zwei sachen drin steht sich ok jetzt bauen wir mal vielleicht wird es dann noch freischalten machen wir jetzt einfach mal hier zack zack welcher weg ist es diese hier machen wir so kreuz quer rüber wie kusten das ding überhaupt wo ist die grenze ach hier da ist die grenze ok mal so rum so wo eine läuft schon hey da läuft durch den garten saugen übrigens die ganzen besucher sind hier neu animiert worden ich merke jetzt noch kein unterschied was soll es immer spannend wie sieht es hier noch weiterentwickelt so looping gas wasserbahn gibt es ja was aber ich glaube nicht ne ne was ist da los wie so ist denn nix drin das verstehe ich nicht kosmischer coaster wow ach du scheiße und das gesicht gottes willen nochmal kurz hier geht es nochmal so hä dreh dich halt achso ja ok dann machen wir es halt so so mal wie möglich ran ich muss sagen für das erste spiel für ein entwicklerstudio ein großer großes spiel ist schon gut gemacht muss ich sagen aber sonst nicht tut mir leid jetzt für die ganzen kritiken aber was soll ich machen ich kann nicht lügen bin ich so machen wir hier mal den weg hier rum und hier die warteschlange ok so kann ich hier irgendwas tun ahja das will ich wissen ob sie die kamera verbessert haben das will ich wissen gehen jetzt mal auf testen das ne nicht wirklich die hakt immer noch so komisch ab die kamera schade ist echt schade sonst wärs ja cool ne aber die müsste irgendwie flüssiger um die ecke gehen die kamera aber die hakt immer so ab schaut mal immer so stückchen weiß zick 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 seht gut sonst ist schon gut ne ja ein bisschen naja ok na schauen wir mal wieder wird so noch ok jetzt machen wir hier mal weiter musik abspielen das macht man lieber nicht weil es grauenhaft so eröffnen wir mal so eröffnen wir mal ihre öffnen ihre öffnen huch so witzbar hallo hä was will ich ähm anzahl der züge warte mal kurz schließen anzahl der züge in die du mehr bremssysteme hinzufügst aha ok gehts alles nicht na gut ja gut dann öffnen wir uns auch wieder so sehr egal so dann haben wir das da was mache ich denn da immer ich trage immer falsche tassen hier komisch ok dann machen wir hier mal was hin sowas großes oh ja ja was war das gerade sind hier gerade die bäume schon selber hochgegangen habt ihr es gesehen tja hat es gerade so ausgeschaut haha lustig so zack und zack zeige euch doch noch wo der Arm hängt so machen wir hier mal 1,75 und eröffnen oh Gott ja ok das geht noch und das geht gerade noch so hier mache ich jetzt noch schnell was zu essen oder was zum trinken hin und dann würde ich mal sagen machen wir mal Schluss heute was gibt es nicht hier ach das ist neu erdbeeren und schokolade aha so lustig polonaise ach mach mit doch das gleich mal erdbeeren und schokolade da guck mal da hab ich das gesehen da kommen die blumen hoch guck mal wie hier die bäume ist ja lustig ok kann ich jetzt hier irgendwas machen also hier gibt es eiscreme und süßigkeiten bananen split kann dir der apfel zucker plus flat white florence ein mädchen das auf klassische attraktion steht beeinflusser kommt hallo freund ich habe gerade etwas über tycoon park gelesen werde 21.5 was 21. März bis 5. Mai dort sein ich werde ich freue mich schon auf ein paar klassische einfache flache attraktion schon dabei jetzt nicht äh nein warte mal kurz hoch was gibt es da eiscreme perfektes parfait eis im stil eiswaffe beruhigende smoothies mhm schon mal gut kann man ruhig ein bisschen höher machen wenn es schon soviel kostet da rennt jemand hallo ein ticket zum preiswert ich weiß ist ja auch mein park einmal flache attraktion mit gewöhnlichen motiv fahren hä was ist denn flache attraktion bitte hier steht nur Kinder was ist das nervenkitzel hä verstehe es nicht flache attraktion was sollte sein hm ich hab keine ahnung gibt es hier vielleicht Hilfe hallo huhu oder gibt es hier noch irgendwo versteckte Sachen oder was ich traue dem spiel alles zu egal ok wir lassen das jetzt mal wir speichern das mal ab jetzt speichern neuer spielstand dann machen wir mal Gameplay so speichern und gespeichert ok dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Rollercoaster und mal schauen wie es hier weiter geht bis dann tschüss mal schauen wir uns mal wirst